Hallo und herzlich willkommen bei Nachbelichtet und einem weiteren Lightroom Tutorial. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Lightroom diesen HDR-Fotoeffekt nachahmen könnt. Das geht mit Lightroom ganz gut und je nach Ausgangsmaterial, also je nach Motiv, sieht das wirklich täuschend echt aus. Ich habe hier ein Foto von meinem kürzlichen Aufenthalt an der Ostsee im Damp. Und um diesen Effekt nun zu realisieren, geht ihr in die Grundeinstellungen von Lightroom zum Wiederherstellungsregler. Das ist der erste Schritt und dreht diesen auf 100%. Als nächstes gehen wir zum Aufhelllicht und drehen das so je nach Motiv wiederum. Das hängt natürlich von eurem Foto ab. So um die 50-60% kann es bei diesem Bild hier ruhig sein. Drehen wir hier ordentlich rein. Und danach den Schwarzwert, auch so 50-60% kann man hier nehmen. Also ich nehme jetzt mal hier diese Einstellung. Jetzt hat man schon, wenn man hier sich die Felsen hinten ansieht oder auch die Strukturen in diesen Strandkörben, schon diesen HDR-Effekt drin. Ich kann mal die Y-Taste drücken. Dann haben wir hier das Bild vor der Bearbeitung, hier nach der Bearbeitung. Und wenn ihr euch den Himmel und die See und auch diese Felsen anseht, dann hat es schon diesen starken HDR-Kontrast. So, um den Effekt perfekt zu machen, gehen wir auf die Klarheit. Und die können wir auch richtig ordentlich reindrehen. Also bis zu 100% können die meisten Bilder hier schon vertragen. Ich nehme mal nicht ganz so viel. Und um den Effekt abzurunden, geben wir die Lebendigkeit ordentlich zu. Und damit wir nun diesen Tone-Mapping-Effekt, der ja in jedem HDR, dieses Tone-Mapping muss ja in jedem HDR gemacht werden, drehen wir die Sättigung zurück. Und haben nun wirklich einen Look, wie man ihn von echten HDR-Bildern kennt, mit Lightroom aus einem einzigen Foto erzeugt. Das Preset, das ich hier jetzt in meinen Einstellungen erzeugt habe, das stelle ich euch auf nachbelichtet.com zur Verfügung. Aber es sind ja wirklich so wenige Einstellungen zu machen, dass das, denke ich, jeder auch ohne diesen Preset nachvollziehen kann. Das war es mit diesem kurzen Fake-HDR in Lightroom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Markus.